Komm mit, da gehen wir durch. Ist ja ein ganz schön weiter Weg. Hier ist Soundcheck und die machen jetzt Tropäden-Solo. Martin, Dominik und der Basti. Achtung, jetzt geht's los. Heute München, Hofbräuhaus, ausverkauft. Zum ersten Mal auf Tour seit 10 Jahren. Oh, da hätte ich nicht so gerne. Das ist echt gut. So, wenn ihr euch noch nicht mal gut fühlt, ihr geht Halt, Halt, Halt und Halt. Und der Halt voll. Oh, danke. Danke. Bars oder Schweins, angst du drüber? Es gibt andere bei uns, die einen Ranzen haben. Du musst nicht mit sein. Ranzen. Spann hier jemand. Dann macht sich der Unmutfall. Ja! Ja! Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute Abend. Ich glaube, es war ziemlich geil und der Start war schon toll. Lass uns das angehen. Viel Spaß euch! Lass uns das angehen. Viel Spaß! So geil war es. Vielen Dank für den geilen Abend hier in München im Hofbreihaus. Ja! Mann, 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 wie geil war das denn? So ein geiles Konzert war das. Ja! Das war unfallig. Ja! 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 Ja!